Musik Der 12. Seenlandmarkt fand am 25. Mai 2024 statt. Organisiert wurde der Markt vom Zweckverband Brombachsee. Unter dem Motto Kunst, Kultur, Kulinarik präsentierten über 100 Aussteller ihre selbstgemachten Produkte, Kunsthandwerk und lokale Spezialitäten. Wenn der beliebte Seenmarkt mit Kunst und Kulinarik lockt, dann heißt es wieder, entdecken Sie die Vielfalt regionaler Produkte und lassen Sie sich von regionalen Ausstellern begeistern. Hochwertige Naturprodukte, kreatives Kunsthandwerk und leckere Schmankerl machen dem Seenlandmarkt zu einem Erlebnis der besonderen Art. Das Rahmenprogramm für Kinder, Handwerksvorführungen sowie die musikalische Live-Unterhaltung im gemütlichen Marktbiergarten runden den Marktbesuch ab. Musik Die Besucherinnen erwartete selbstgemachter Schmuck aus Edelsteinen und Gartenkeramik, Produkte aus Zirpenholz, Makramee und Drechselarbeiten und vieles mehr. Wir haben uns am Markt umgesehen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.